Ist Millionärstochter Davina Geis etwa vergeben? Nach den Gerüchten um ein mögliches Techtelmechtel mit Fußballer Ismail Jakobs, 24, soll sich die 21-Jährige jetzt einen anderen Sportstar geangelt haben. Wie die österreichische Kleine Zeitung berichtet, soll Maximilian Günther der neue Mann an der Seite des TV-Stars, wie Love Monaco, sein. Der 27-Jährige ist in der Formel E aktiv und hat nun offenbar das Rennen um Davinas Herz gewonnen. Laut dem Blatt sollen die beiden zuletzt immer häufiger zusammengesichtet worden sein. Die Gerüchte um eine mögliche Liaison sind nicht neu. Bereits 2023, als Günther in einer Episode von Die Geissens auf der Luxusjacht Indigo Star auftauchte, knisterte es. Im Einzelinterview wollte es Schnee dann genauer wissen. Und, wie fandest du ihn? fragte die 20-Jährige damals in Richtung ihrer großen Schwester. Die wollte sich aber nicht so leicht in die Karten gucken lassen. Er ist nett, ja, gab Davina schließlich nüchtern zu Protokoll, konnte sich ein vielsagendes Grinsen dabei aber nur schwer verkneifen. Mama Carmen war da längst schon weiter. Ich finde einen Rennfahrer als Schwiegersohn schon ganz nett, schwärmt die 59-Jährige. Aus ganz nett könnte rund eineinhalb Jahre später nun tatsächlich ein Perfect Match geworden sein. Allerdings haben weder Max noch Davina eine mögliche Liebesbeziehung bisher bestätigt. Ebenso wie die 21-Jährige ist auch der Blondschopf in Monaco zu Hause, was den beiden sicherlich zugute kommt. Im Mai besuchte Davina mit ihrer Familie zudem ein Formel-E-Rennen in Berlin. Dazu schrieb sie später, die beste Erfahrung jemals. Ob das nun daran lag, weil sie selbst einen der pfeilschnellen Boliden über die Rennstrecke lenken durfte oder weil sie einfach in der Nähe ihres Schwarms sein konnte, wird wohl vorerst weiter ihr Geheimnis bleiben. Der schnuckelige Asphalt-Cowboy mit deutschen und österreichischen Wurzeln wechselte nach einer Saison bei Maserati zu DS Penske. Dort verfolgt Günther ein klares Ziel. Ich will Weltmeister werden, erklärte er kürzlich in einem Interview. Im Gegensatz zu ihrer Schwester Schenaie schwebte die älteste Tochter von Robert Geis, 60, schon einmal ganz offiziell auf Liebeswolke 7. Der glückliche Auserwählte war der britische Rapper Leondre de Vries, 23. Doch schon vor rund sechs Jahren trennte sich die junge Liebe. Seitdem ist es still geworden um das Liebesleben des Promisprosses. Bis zum nächsten Mal. analen